Ich finde echt, du bist eine Riesenbereicherung für die ganze The Voice of Germany Geschichte auch. Wow. Du gehörst auf die Bühne, du liebst das. In dem, was du machst, bist du unschlagbar. Ich hatte Gänsehaut von Anfang an und das hast du wirklich, wirklich richtig, richtig geil auf die Bühne gebracht. Viele meiner Freunde kommen auch aus Palästina, einer meiner besten Freunde kommt aus Palästina. Freut mich. Sie könnten mir auf jeden Fall auch ein, zwei Songtipps nennen, die wir zusammen erarbeiten könnten. Natürlich du auch und ich wäre sehr, 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 sehr happy, dich in meinem Team zu haben. Danke. Mohamed, jetzt liegt es bei dir zu entscheiden, welches Team du glaubst am besten dir helfen kann. Das ist schwierige Entscheidung. Das Leben ist voll von schwierigen Entscheidungen.